Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Ihrem Smartphone Daten und Barcodes direkt in eine Datenbank auf Ihrem PC speichern können – in Echtzeit und ohne Umwege. Sie benötigen dazu die Apps Scanny to Office für Ihr Smartphone und die Software Smart Database Connector für Microsoft Windows. Installieren Sie zuerst die Scanny to Office App für Android oder IOS. Das Installationsprogramm des Smart Database Connectors ist auf TechHits Webseite als Download verfügbar. Der Smart Database Connector speichert die mit der App erfassten Daten unmittelbar in einer Datenbank. Die Verwaltung des Smart Database Connectors erfolgt im Browser. Die Adresse lautet üblicherweise http localhost 33333. In diesem Tutorial verwenden wir eine durch die Installationsroutine vorinstallierte Microsoft Access Datenbank. Wie Sie eigene Datenbanken als Ziele festlegen können, zeigen wir Ihnen im nächsten Video. Im Moment ist nur der angezeigte QR-Code von Interesse. Dieser wird benötigt, um die Scanny to Office App auf Ihrem Handy mit der Datenbank zu verbinden. Lesen Sie einfach den QR-Code mit der App. Fertig. Smartphone und Datenbank sind nun gekoppelt. Jeder mit dem Smartphone gelesene Barcode oder QR-Code wird sofort in der Datenbank gespeichert. Wie funktioniert das? Der Smart Database Connector läuft als Systemdienst im Hintergrund auf Ihrem PC. Die Funktion steht also auch ohne angemeldeten Benutzer zur Verfügung. Die mit der App erfassten Daten bzw. die gescannten Barcodes werden sofort weitergeleitet und verarbeitet. Das funktioniert immer und überall. Die Datenübertragung erfolgt über die Cloud und ist daher komplett standortunabhängig. Scanny to Office kann aber mehr. Die Datenbank und die zu erfassenden Daten sind durch Sie selbst frei konfigurierbar. So können beispielsweise Daten aus Eingabeformularen mit mehreren Eingabefeldern verarbeitet werden. Wenn Sie anstelle einer Datenbank lieber Microsoft Excel, Google Sheets oder andere Ziele einsetzen wollen, dann ist das ebenfalls ein Kinderspiel. Es können beliebig viele Apps gleichzeitig mit einer Datenbank gekoppelt werden. Scanny to Office ist also das ideale Datenerfassungstool für Arbeitsgruppen und Teams. Inventuren mit automatischer Mengenzählung sind natürlich auch möglich. Wie das geht, sehen Sie in den nächsten Videos. Abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like oder einen Kommentar da und wie immer vielen Dank fürs Zusehen.